Die Telekom-Infostand Im Festnetz-Bereich soll diese Einführung ebenfalls im November 2011 erfolgen. HD-Voice ermöglicht brillante Sprachqualität, ähnlich wie auch beim Fernsehen, HD-Fernsehen, brillante Bilder und Ton ermöglicht. Und um es im Festnetz zum Beispiel nutzen zu können, brauchen Sie ein spezielles Telefon und auch Ihre Gegenseite, mit der Sie telefonieren, muss sich im Telekom, Festnetz- oder Mobilfunkbereich befinden und ein HD-Voice-fähiges Endgerät haben. Hier unten haben wir zum Beispiel das neue Speedphone 700 in Weiß. Dieses ist ein reines Voice-over-IP-Telefon, welches mit Ihrem WLAN-Router der Telekom verbunden werden kann, zum Beispiel mit dem Telekom-Speedboard W723V oder auch mit dem demnächst erscheinenden Telekom-Speedboard W921V. Dieses Gerät verbindet sich mit dem WLAN-Router und damit können Sie die HD-Voice-Telefonie der Telekom dann nutzen.